Heyho und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines mit den DLCs Mass Transit, After Dark, Snowfall und Matchday. Ja und ja, mir ist aufgefallen im Nachhinein, dass ich das letzte Mal eine Folge Transport Fever angekündigt habe. Das ist halt einfach die Macht der Gewohnheit. Es sollte natürlich City Skylines heißen, also dafür erstmal Entschuldigung von mir. Ansonsten sehen wir hier unten, wir haben etwas Geld zur Verfügung und ich würde sagen, das nutzen wir doch einfach mal, um hier vorne nochmal eine neue Müllverbrennungsanlage aufzustellen. Und eventuell könnten wir auch hier nochmal eine neue Auffahrt auf die Autobahn bauen, um hier vorne die Stelle so ein bisschen zu entlasten. Und aus irgendeinem Grund wird diese Straße hier nicht genutzt, die könnten wir eigentlich auch mal zur Autobahn ausbauen. Vielleicht wird es dann ja. Denn die LKWs fahren momentan alle noch hier rum und das möchte ich eigentlich eher nicht. Genau. Ansonsten, da müssen sie mal schauen. Hier unten haben wir auch recht viel Verkehr. Da könnten wir mal schauen, woran es gibt. Hier in der Verkehrsübersicht. Also klar, es ist erstmal unsere einzige Autobahnzufahrt. Und ansonsten, hier oben staut es auch. Eventuell könnten wir da mal Abhilfe schaffen, indem wir hier die Ampel deaktivieren. Genau. So, und dann haben wir hier einfach eine ganz normale Kreuzung ohne Ampel. Ist, denke ich mal, etwas besser, um hier den Verkehr flüssig durchzubringen. Ja, und ihr seht es, der Stau, der nimmt hier jetzt auch schon wieder deutlich ab. Viel Verkehr ist zwar nach wie vor, ist aber auch klar, dadurch, dass hier drüben dann doch einige Leute wohnen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, 1731 Bewohner haben wir mittlerweile hier auf Feuer Island. Ja, ansonsten hier, der Seepark. Ihr habt mir immer noch keine Kommentare geschrieben. Zumindest, ähm, jetzt etwa, über, also, ja, etwa 25,5 Stunden nach der Öffentlichung der ersten Folge. Und von dem her würde ich sagen, benennen wir diesen Stadtteil hier einfach mal in Feuerfels um. Wie gesagt, falls ihr Vorschläge habt für Stadtteile oder Straßennamen, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ähm, dann muss ich a, nicht so viel überlegen, wie ich meinen Stadtteil jetzt nennen möchte. Und b, ihr habt auch die Möglichkeit, hier in dem Video, ähm, ja, Gehör zu finden. Also, ich meine das wirklich ernst mit diesem Vorschlag. Beziehungsweise, ähm, damit eure Vorschläge anzunehmen. Genau. Ja, ansonsten arbeiten wir hier natürlich auch darauf hin, mal, äh, hier die Hauptstadtgröße zu erreichen. Uns fehlen da noch, ja, etwa zweieinhalbtausend Einwohner. Aber ich denke, die erreichen wir auch relativ gut, wenn dann hier noch die Leute eingezogen sind. Ja, also hier Feuer Island, es wächst, ja. Das war ziemlich gut. Und ansonsten könnten wir die auch hier nochmal etwas, ähm, vergrößern. Genau, ÖPNV haben wir hier ja in der Stadt, das ist auch schon mal ganz gut. So, und dann wollen wir in dem Fall hier die Straße nicht ausbauen, sondern nur erweitern. Genau, auch hier sollte dann nochmal eine Querstraße rein. Eventuell auch nochmal bis hier hinten, um da nochmal etwas Platz mitzunehmen. Genau. Und auch hier dann nochmal, und da gehen wir dann mal, würde ich sagen, relativ diagonal rüber. Allerdings auch nicht, ohne hier nochmal einen Abzweig zu bauen, damit wir diesen Platz auch nochmal nutzen können. Genau. Dann noch bis hier hin, eine Straße. Und dann passt das, denke ich mal. So, jetzt brauchen wir hier unter diesem neuen Stadtteil natürlich auch nochmal Wasserversorgung. Und ich denke, das könnten wir sogar mit einer Leitung hinbekommen. Ja, klappt ja relativ gut. Soweit, wie ich sehe, wir haben hier tatsächlich auch mittlerweile eine Wasseraufbereitungsanlage. Ist natürlich auch kein Fehler. Wenn wir die haben. So, dann können wir hier schon mal einiges an neuen Wohngebieten freigeben. Und hier an dieser Straßenbahnstraße würde ich auch nochmal einige Geschäfte ansiedeln. So, und da die hier momentan zumindest noch relativ wenig Zugang zur Bildung haben, stelle ich denen auch nochmal eine Grundschule hin. Dann müssen die nicht immer rüber nach Feuerdorf pendeln. Ja, hier bauen jetzt auch schon die ersten ihre Geschäftsgebäude hin. Und parkmäßig sollten wir hier natürlich auch drauf schauen, dass wir da was haben. Eventuell könnten wir da mal einen Platz bestellen. Genau, das sieht ja auch relativ schön aus. Eventuell kommt da mal der ein oder andere hin. Ansonsten, was haben wir hier noch? Einen Basketballplatz. Wäre natürlich auch was hier so in einer etwas größeren Siedlung. Sollte man halt eventuell nicht direkt an die Straßenbahngleise stellen. Oder einen Beachvolleyballplatz hier oben an der Klippe hat natürlich auch irgendwie was. Wenn man hier dann Beachvolleyball spielen kann. Genau. Muss halt aufpassen, dass der Ball nicht runter fliegt. Aber ich denke mal, das kriegen die recht problemlosen. Okay, dann weiter könnten natürlich auch hier nochmal ein paar Geschäfte entstehen. Ja, und auch da wäre nochmal Platz für Wohnungen. Und Arbeiter wollten wir ja eigentlich hier unten Feuerwald eventuell nochmal ein bisschen ausbreiten. Genau, da könnten wir nochmal etwas in Richtung Süden gehen. Und ich sehe gerade hier Feuerdorf. Ist auch noch nicht komplett eingeteilt worden. Und wir haben einen Strommangel. Das ist auch nicht gut. Da sollten wir dringend nacharbeiten. Indem wir hier nochmal ein neues Windrad aufstellen. Und ich glaube, da werden wir sogar nochmal ein weiteres brauchen. Damit wir hier nicht zu wenig Strom haben. Da müssen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen sparen. Genau, da taucht hier unten schon wieder die ersten Strommangel-Symbole auf. Und das sollte natürlich nicht passieren. Also da sollten wir dringend mal schauen. Ansonsten, wie viel Strom produzieren die denn? Die produzieren tatsächlich volle Stromstärke. Also es hängt tatsächlich mit dem Stadtwachstum zusammen, dass wir gerade etwas wenig Strom haben. Ja, 12.000 kostet so eine Turmine. Das ist natürlich... Ja, für unseren Kontostand momentan etwas viel. Ansonsten könnten wir hier oben natürlich auch nochmal ein paar Büros bauen. verbauen lassen. So, und jetzt haben wir genug Geld, um hier nochmal eine aufzustellen. Genau. Und dann sind wir doch mal wieder am oberen Rand vom gelben Bereich. Eventuell könnten wir da dann nachher nochmal eine bauen. Hätte sicherlich den einen oder anderen Vorteil. Genau. Ansonsten, Staumauer, könnte man sich mal überlegen. Die Frage ist, wo man das am geschicktesten macht. Eventuell hier. Damit es nicht überflutet. Und dann wird es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal eine benötigen, um effektiv zu funktionieren. Aber das muss man dann mal sehen, wenn es soweit ist. Genau. Und wir haben die Hauptstadt erreicht. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Dadurch haben wir jetzt auch Zugang zu Häfen. Und einige weitere einzigartige Gebäude, die wir bauen können. So, und wir haben hier ein großes Krankenhaus, was auch schon mal sehr, sehr schön ist. Wie sieht es von Toten aus? Da haben wir auch genug Kapazität. Müll allerdings noch nicht. Deswegen kommt hier nochmal eine weitere Müllverprünnungsanlage hin. So, und wenn wir uns jetzt anschauen. Wir sind im grünen Bereich. Das heißt, wir können auch mal hier hingehen. Dem sagen, er soll sich entleeren. Die Mülldeponie hier. Dann bringt die nämlich auch schon mal hier etwas Müll rüber zu den Müllverbrennungsanlagen. Und dann haben wir da demnächst keine Probleme mehr. Genau. Ich weiß, wir haben einen Güterzugbahnhof. Das ist auch ganz schön. Aber, ähm, ja, wohin? Ich glaube nicht, dass wir das momentan brauchen. Und hier unten ist richtig, äh, Waldbrand, wie ich gerade sehe. Also, das Feuerwerk-Großeinsatz. Und ich weiß jetzt nicht, warum die hier weiterfährt. Oder nicht weiterfährt. Ja, hier vorne steht jetzt auch nochmal eine Feuerwehr. Das muss man natürlich sofort mal fotografieren. Könnte ein sehr, sehr schönes Dampf-Mail für diese Folge hier werden. Ja gut, wobei, schön ist in so einem Fall natürlich relativ, aber... Okay, aber das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, dass da tatsächlich... ...das auch so schnell auf andere Gebäude übergreifen kann. Finde ich echt cool gemacht. Und da muss ich auch sagen, Respekt an die Programmierer, die das so programmiert haben. Genau. Und dann hätte ich hier hinten gerne nochmal eine Gewohnung. Um dem Bedarf da gerecht zu werden. So, und ja, ich weiß, wir haben hier einige neue Gebäude, die wir mal bauen könnten. Die wir auch sicherlich noch bauen werden. Aber halt noch nicht jetzt. So, und an ein paar Stellen sollte man da doch nochmal irgendwie durchgehen mit einer Straße. Da habe ich beim Bau nicht aufgepasst. Genau. Da könnte man hier eventuell so eine Straßenbahnwendenschleife noch bauen. Genau. Damit die Straßenbahn hier problemlos dann letzten Endes wenden können. Und dann bauen wir natürlich auch hier nochmal eine schöne Allee für Wohngebäude. Die hier einmal bis auf diese ganze Zunge führt. Genau. Hier dann natürlich nochmal mit einem entsprechenden Abzweig. Um die ganzen unteren Querstraßen nochmal anzuschließen. Genau. Dann kann natürlich auch hier nochmal eine weitere Querstraße entstehen. Und auch hier könnten wir diese Lücke nochmal schließen. Wobei, ich finde, die hat so ein bisschen was. Da würde ich lieber hier oben nochmal eine kleine Querstraße bauen. Genau. So. Ist jetzt etwas krumm, aber das gibt der Stadt natürlich auch nochmal etwas Charakter. Wenn das so ist. Und demnach verlegen wir hier jetzt auch nochmal ein paar Wasserleitungen. Damit die alle was zum Trinken und zum Waschen haben. Genau. Auch hier nochmal eine kurze Querleitung. Und dann haben wir hier eigentlich, ja, das ganze Felsmassiv soweit erschlossen. Genau. Dann sollten natürlich auch hier nochmal die ein oder anderen Wohngebäude gebaut werden. Genau. Dann hier dürfen nochmal einige Geschäfte entstehen. Hier in diesem Block hätte ich gerne ein paar Büros. Und dann dürfen da nochmal ein paar Wohnungen und hier in der Mitte auch nochmal Geschäfte. Okay. So, und hier vorne haben sie anscheinend ein Müllproblem. Da könnten wir uns natürlich auch nochmal überlegen, ob es hier irgendwo die Möglichkeit gibt, hier nochmal eine weitere Zufahrt zu schaffen von hier unten. Dann müssen wir da eventuell nochmal eine Querautobahn bauen, denn ihr seht es hier, hier ist richtig viel Verkehr. Und eventuell sollten wir auch hier nochmal eine weitere Autobahnabfahrt schaffen. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir gehen von der Straße hier erstmal aus. Gehen hier dann auch nach oben, über die Autobahn drüber. Und zwar möglichst bis hier hin. Genau. Und alles Weitere wäre außerhalb der Stadtgrenzen. Deswegen gehen wir erstmal nur bis hier. Bauen hier dann aber auch schon mal direkt eine Autobahnabfahrt. Und in die Richtung natürlich auch wieder eine Auffahrt. So, und ich denke, diejenigen, die hier aus der Stadt raus wollen, die können auch problemlos die Auffahrt hier unten nutzen. Genau. Aber hier kommen jetzt erstmal einige recht bequem von der Autobahn runter. Und müssen sich nicht komplett bis hier vorne durchstauen. Und dann haben wir da nämlich nochmal so eine Parallelroute. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich hätte ganz gerne eine Autobahn hier quer rüber. Oder sonst irgendwie eine größere Straße, dass man hier nicht nur diese eine Brücke hat, auf der außerdem sehr, sehr viel Stau ist. Was wahrscheinlich auch mit der Ampel hier zu tun hat. Das heißt, auch hier könnten wir die Ampel mal deaktivieren. Und auch da hinten brauchen wir die Ampel eigentlich nicht wirklich. So. Das staut sich jetzt natürlich nach wie vor noch ein bisschen. Ist aber auch klar, hier fahren sehr, sehr viele Fahrzeuge drüber. Über die Robertsbrücke. Genau. Ansonsten haben wir momentan viel Geld. Und ich denke, wir könnten den Straßenverkehr hier auch nochmal etwas reduzieren. Indem wir hier etwas für mehr öffentlichen Nahverkehr sorgen. Und das Gleiche natürlich auch hier tun. Und das heißt, wir gehen mal zum Bau von Straßenbahnen über. Danke für die Information, aber... Genau. Und zwar hätte ich dann hier auch gerne eine eigene Straßenbahnstrecke in Mittelstreifen. So, die dann einfach mal bis hier hin führt. So, und die darf hier ruhig auch eine etwas engere Kurve haben, um hier zu klären. Aber ich denke mal, das passt soweit. Und dann rüsten wir das hier einfach nur mit Straßenbahngleisen auf. Genau. So, dann brauchen wir natürlich auch hier unten noch Straßenbahngleise. Entlang der Feuerstraße. So. Und da würde ich sagen, gehen wir auch komplett durch bis hier hinten hin zur Brücke, dass man direkt eine sehr lange Straßenbahnstrecke dann bauen kann. So, das Straßenbahndepot müssen wir natürlich auch noch irgendwo bauen. Die Frage ist, wo bauen wir das am geschicktesten? Okay, so muss das letzten Endes angeschlossen werden. Und da reicht hier der Platz leider nicht. Ähm, eventuell könnten wir das hier an die Hauptstraße neben das Busdepot stellen. Ah, ne, da ist ein Park im Weg. Okay. Geht nicht. Schade. Ähm, was wir auch schauen könnten, ist, ob hier hinten noch Platz wäre. Was aber auch nicht der Fall zu sein scheint. Hier wäre es noch möglich, von dem her würde ich sagen, schade um die Gebäude, aber wir brauchen ein Straßenbahndepot, wenn wir mit Straßenbahn fahren wollen. Und das wollen wir. Von dem her, okay. So, wenn wir uns mal den Nahverkehr anschauen, dann würde die Straßenbahn im Prinzip parallel zu unserer Buslinie 1 hier verlaufen. Was natürlich nicht ganz so praktisch ist. Abgesehen hier von der Querstrecke, und ich denke, die ist jetzt auch nicht so wichtig, da haben wir noch genügend andere. Wie hier die grüne, ähm, hier fährt auch nochmal die grüne. Und hier unten haben wir unsere Linie 2, hier die Linie 4, also das passt eigentlich ganz gut. Und sie würde außerdem parallel zur roten Linie verlaufen. Das heißt, die beiden Linien, die sollten wir ersetzen durch eine Straßenbahnlinie. Deswegen sage ich hier einfach mal kurz Pause. Wir stellen die Buslinie 1 und die Buslinie 5 ein. So, jetzt sind erstmal alle traurig, aber das muss ja gar nicht sein, denn ihr kriegt jetzt gleich eine Straßenbahnstrecke. Und hier habe ich natürlich mal wieder beim Bauen nicht an die Wändeschleife gedacht. Das heißt, die dürfen wir jetzt natürlich auch noch bauen. Genau, das Ganze natürlich möglichst problemlos. So. In dem Fall muss sie halt auf eine Brücke, weil hier eine Krippe ist, aber okay. Das passt soweit. Wo wir eventuell noch schauen sollten, ist, dass die Stromtrasse angeschlossen ist, aber ich glaube, wir haben hier eh ein sehr gut funktionierendes Stromnetz. Das heißt, diese Oberleitung hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Genau. Deswegen könnten wir die auch mal wieder abreißen. Und dann können wir hier auch unsere neue Straßenbahnlinie einrichten. Die ihr einmal hier anfängt und dann entlang der bestehenden Straße hier verkehrt. Ist ja auch sehr, sehr schön, dass man hier das immer markiert hat, wo die Straßenbahngleise sind. Genau, und dann können wir einmal hier gegenüber von der Bushaltestelle halten. Und dann sollte man natürlich irgendwo Stationen natürlich wählen, wo es dann letzten Endes zu keinen Konflikten mit den Bushaltestellen kommt. Das heißt, immer so in etwa eine Kreuzung hinter der Bushaltestelle stellen. Dann natürlich auch hier oben im Gewerbegebiet nochmal. Dann wird die Brücke überkehrt. Da sollten wir hier an dieser zentralen Kreuzung nochmal halten. Auch hier an der Kreuzung wäre ein Stopp, denke ich mal, nicht verkehrt. Und dann können wir hier entlang von dieser Querstraße hier fahren. Oder die Straßenbahnstraße hatten wir sie ja meines Wissens genannt. So, und dann einmal bis hier oben hin. Probe dann halten und auch wieder zurückfahren. Genau. So, und dort halten wir natürlich möglichst parallel zu den anderen Haltestellen. Hier entlang der Feuerstraße wird es natürlich nicht überall funktionieren. Aber doch zumindest teilweise. Ja, die Haltestelle würde ich gerne nochmal verlegen, aber passt eigentlich. So, dann können wir auch hier nochmal halten. Und hier geht es jetzt eben nicht. Weil da die Bushaltestelle im Weg ist. Das heißt, wir halten erst hier unten. Stört aber, denke ich mal, auch nicht weiter. So, und dann können wir natürlich auch nochmal bis hier vorne hin. So, und drehen dann dort die Schleife und damit sollte auch hier unsere erste Straßenbahnlinie fertiggestellt sein. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, immerhin 33 Haltestellen hat sie. Die Linienfarbe können wir natürlich auch nochmal ändern. Rot haben wir nicht mehr, von dem her wird die jetzt rot. Und die nennen wir einfach unsere Linie 1. So, dann haben wir momentan mal wieder etwas Gewerbeprobleme. Und da hat man ja bereits hier schon etwas den Stadtteil vergrößert, um hier nochmal in Richtung 7 bauen zu können. Und genau das wollen wir jetzt natürlich auch nochmal machen. Auch wenn es keine allzu große Erweiterung ist, es ist doch zumindest etwas mehr Fläche für Gewerbegebiete. Wasser sollten wir hier unten ja theoretisch haben. Haben wir auch. Das heißt, hier fehlen nur noch ein paar kleinere Gebiete, die wir hier zuweisen. Dann könnten wir eigentlich auch die Straße hier nochmal minimal verlängern. Ansonsten, wenn das hier auch noch dazu gehört, stört es ja nicht wirklich. Wichtig ist mir nur, dass hier die Industrien keine Startschubfe, Schadstoffe ausstoßen und halt hier das Ding verunreinigen. Weil eben eine falsche Industrie gebaut wurde. Okay, ansonsten würde ich sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, die hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.